Oh, und wie schlimm die Störung ist. Holy shit! Was ist denn das hier? Was ist der größte Wunsch von Domtendo? Ja, da gibt es aber auch einige Sachen, Freundchen. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es einiges. Ich muss kurz überlegen, Moment. Hm. Nee, doch nicht. Hm, na ja. Das als Trostpreis ist auch okay. Glupsch! Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das muss Prinzessin Peach übernehmen. Denn nur Peach kann seine Aufgabe erfüllen. Er möchte nämlich eine Prinzessin sehen. Und ja, Yoshi ist keine Prinzessin. So viel ich jetzt weiß, ne? Also, wenn du irgendwelche Geheimnisse hast, Yoshi, dann raus damit. Dann gehen wir direkt dahin, aber... Ich glaube jetzt mal nicht. Was? Das war jetzt ein Fail? Ernsthaft? Boah. Meine Aufgabe ist einfach. Nur ein Einkauf. Besorgt mir eine Fahrkarte am Bahnhof. Erledigst du das für mich? Boah, machst du es nicht selbst. Ach, du weißt doch selbst, dass die Deutsche Bahn jedes Jahr die Preise hochschraubt. Und meine Fresse, das kann ich einfach nicht mehr zahlen. Ja, und ich schon? Du bist doch YouTuber. Ach so. Das ist ein Argument, ne? War es falsch? Es war richtig. Es war richtig. Es ist dieser kleine Drecksbengel. Boah, wie ein Hass. Weiter auf den. Ne, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Jetzt muss ich auf jeden Fall einen weiteren Pilz benutzen. Ist aber auch nicht so schlimm. Hm, noch nachts. Wir kommen wieder zurück zum Gumbob. Ja, ich mag das Spiel irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie das beim Zuschauen ist. Wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem habe ich das irgendwie lieb, das Spiel. Und das, nachdem ich es so verpönt hatte. Wäre das Viech rausgekommen, wäre ich beim letztmöglichen Röhrchen gestorben. Aber diesmal haben wir es gepackt. Und ich werde immer an dieser Stelle getroffen. Warum? Wieso denn? Alles andere läuft perfekt. Ah, ich dachte, er hilft mir. Aber ganz im Gegenteil, er hat mich zerstört. Jetzt muss ich ihn wegschleudern irgendwie. Andere Wahl habe ich ja gar nicht. Deswegen haue ich jetzt voll drauf. Was zur Hölle? Jetzt entscheidet das Glück. Nein, hätte ich locker kriegen können. Alter. Das ist voll gefährlich. Also ich würde mich das ja nicht trauen. Alter. Ja genau, Multipunkte sind gut. Mehr, mehr. Da bekommt man doch nicht mehr Punkte. Nein! Was? Ich wurde in der Luft getroffen und dann halt weggeweht. Ja, und dann haben wir jetzt hier lockerflockig zwei Pilze bekommen. Das ist schön. Hey, du dummer Stern, was schaust du denn so nach unten? Sorry, das war nur unübersehbar. Ja, da hast du recht allerdings. Wow, da sind viele Minusfelder. Das gefällt mir aber gar... Are you serious? Ich werde es dir nicht leicht machen. Hoffentlich doch. Oh, oh. Oh, war das knapp. Glück gehabt. Ach, das gibt's doch nicht. Natürlich. Kannst du mich bitte wegschleudern? Aber in die Wüste bitte. Komm, vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück. Komm, komm, komm. Nein! Du kleiner Drecksack. Okay, drei. Noch 30 Sekunden. Ich bitte dich, das muss doch zu schaffen sein. Ach, das war jetzt aber einfach. Komisch. Echt komisch. Das war vorhin viel schwieriger, ne? Ich habe mich doch versteckt! Was willst du denn? Ich bin doch stehen geblieben, verdammte... Ach, nein. Das habe ich doch letztens versaut. Auch wenn es sinnlos ist, ich gebe mein Bestes.